Hier entlang der Mönckebergstraße, hier oben von C&A bis unten Götz, würde ich sagen, beobachten. Und um 15 Uhr findet dann hier oben auf der Bühne die Vorstellung der jeweils drei Siegermaschinen statt, die von einer Fachjury ausgewählt worden sind. Um Ihnen nochmal die Highlights darzustellen, ab 11 Uhr, das heißt jetzt hat es bereits begonnen. Soh, soh, soh! Soh, soh! Soh, soh! Soh! Das war's für heute. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Musik 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.